Please hold for a very important message. Weil du bist ein riesiger Teil meines Kanals seit ungefähr eineinhalb oder zwei Jahren. Wusstest du das? Nee, ich werde den jetzt aber abonnieren und immer gucken. Dann wirst du nämlich auch offiziell ein Schnuffelhase. Oh ja. So heißen wir in dieser Community. Ja, was soll ich sagen? Meine Eltern haben mich mal Schnuffelchen genannt. Guck mal, dann passt das doch. Steffi, wir haben uns kennengelernt vor ungefähr vier Monaten, drei Monaten, auf deiner Tour mit Lukas zusammen. Und ihr habt live therapiert auf der Bühne. Und du warst sofort oben. Ich war der Zweite, der kam. Die Erste war eine Zuschauerin, die das nicht ganz richtig verstanden hat, weil die war dann ja selber Therapeutin. Und dann habt ihr relativ schnell festgestellt, dass das irgendwie nicht so passt. Und dann kam ich. Ich habe dich ja damals gefragt, was du zu dem Thema sagst, dass mich das stört, dass mein Partner so touchy ist. Weißt du noch, was du gesagt hast? Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, du würdest das nicht wollen, dass dein Partner so ist. Ja, stimmt. Und tatsächlich habe ich bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich deine Bücher falsch verstanden. Ich habe nämlich mit dem inneren Kind angefangen und auch mit dem Workbook und daran meine Glaubenssätze zu bearbeiten. Und dann habe ich immer gedacht, nein, ich muss bei allem, was mir wehtut, mich selbst optimieren und mich anpassen. Das hast du wirklich falsch verstanden. Wo habe ich mich denn da so missverständlich ausgedrückt? Wahrscheinlich habe ich aber auch so eine große Anpassungsbereitschaft mitgebracht, weil ich eher der Überangepasste bin. Und dann so gedacht habe, ah, okay, wenn das von deinem Vater kommt und von deiner Mutter, dann liegt das ja alles bei dir. Und du musst das alles ändern und auch akzeptieren, dass er so touchy ist. Und dann kamst du. Bist du denn noch mit ihm zusammen? Wir haben uns kurz darauf getrennt. Du hast du dich dann getrennt. Ich bin so eine geile Therapeute. Bingo. Du hast echt, ab dem Tag war nichts mehr gleich. Ja. Erfährst du sowas oft? Ist das so das, was häufig bei rauskommt, wenn man sich bei dir anmeldet zur Therapie? Nein, 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 das ist nicht. Aber ich kriege immer mit, dass die Leute doch irgendwie bereit sind, ziemlich schnell irgendwie Konsequenzen zu ziehen und ihre Schritte zu gehen. Es war ein Zusammenspiel. Eine Woche später war ich dann bei meiner Therapeutin. Ich bin in einer Verhaltenstherapie seit einem halben Jahr. Und die hat dann das Gleiche gesagt. Die hat das auch gesagt. Die hat das auch gesagt. Ja, wir Psychos haben schon was drauf. Ja, ja. Ja, und dann habe ich mich getrennt. Und ich habe in diesem Zuge erfahren, dass ich ein unsicherer Bindungstyp bin. Und darum geht es in unserem heutigen Video. Okay. In welcher Hinsicht unsicher? Da gibt es ja verschiedene. Es gibt die unsicher anklammernden und die unsicher vermeidenden. Ich vermute, bist du eher unsicher anklammernd. Ja. Das sehe ich schon an deinem treuen Blick. Ja. Hast du einen lieben Blick bisher. Das ist eher der Bindungstyp als der Vermeider. Die gucken schon immer ein bisschen frecher, die Vermeider. Ah, das beantwortet viel. Das beantwortet aber auch schon mal eine Frage, die ich auch von euch bekommen habe. Und zwar, woran ich die Vermeider und die Sicheren und die Unsicheren erkenne. Frecher Blick ist vermeidend. Ich muss das mal kurz mal ausholen. Gerne. Also wir haben ja, ich teile jetzt mal grundsätzlich die drei wichtigsten Bindungstypen ein. Das eine sind die Sichergebundenen, die können auch ganz gut Beziehungen, mit denen kann man ganz gut Beziehungen führen. Es sei denn, es klappt aus irgendwelchen anderen Gründen nicht, weil die können sowohl Bindung, Bindung heißt immer ein Stück weit anpassen, Kompromisse finden, mal nachgeben. Aber sie können auch Autonomie und Autonomie heißt immer, was will ich und wo muss ich mich auch mal durchsetzen. Also Bindung heißt immer, was haben wir gemeinsam, wie können wir miteinander klar. Und Autonomie heißt immer, wo unterscheiden wir uns, wo will ich vielleicht was anderes als du. Und idealerweise kann man beides. Man kann sich anpassen, aber man hat auch gewisse Durchsetzungsfähigkeiten. Und dann ist man in einer guten Balance und hat dann vor allen Dingen das Gefühl in der Beziehung, ich kann mal mit einem guten Gefühl ja sagen, aber ich kann auch meine Interessen behaupten und dadurch fühle ich mich auch frei, auch wenn ich in einer Beziehung bin. Und das sind die sicheren Bindungstypen. Dann gibt es die Anklammernden, die opfern ganz viel zugunsten der Bindung. Die haben dieses tiefe Programm am Laufen, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Ich mache ganz viel dafür, dass du mich nicht verlässt. Und dann gibt es die auch Unsichervermeidenden, die sind eher auf der autonomen Seite, die sagen, pass mal auf, ich lasse dich gar nicht so nah an mich ran, dass du die Reichweite hättest, mich zu verletzen. Ich halte immer einen gewissen Sicherheitsabstand ein. Und wie man die erkennt, ist nicht immer ganz einfach. Also ich sehe oft schon bei Menschen, die jetzt so eher autonom unterwegs sind, die haben auch so eine autonome Ausstrahlung oft. Die haben sowas sexy auch oft. Du denkst, oh, irgendwie cooler Typ oder coole Frau. Aber für wen sexy? Eigentlich insgesamt, weil es hat ja immer eine gewisse Sexiness, wenn man so ein bisschen was Unerreichbares hat. Ach, das, ja. Das macht ja Leute nicht unbedingt unattraktiv. Und die Autonomen, du hörst es auch oft im Wording, also die sagen oft, ich brauche sehr viel persönlichen Freiraum. Das ist so eins an ihrer Lieblingsformulierung. Sie lassen sich nicht so gerne festlegen. Dates werden auch schnell mal wieder gecancelt oder verschoben. Woran erkennt man sie noch? Ich sage immer, frag die Leute doch einfach mal nach ihren Beziehungen. Und wenn die dann schon erzählen, dass da sehr viele Abbrüche waren, dass sie oft sich etwas eingeengt fühlen, dass sie die Partner zu viele Ansprüche haben und so weiter, dann hörst du es schon so raus. Die haben so ein Thema mit, ich fühle mich schnell eingeengt und ich fühle mich schnell unter Druck. Also du denkst, man kann das schon so in den ersten Gesprächen auch, kann man sich da rantasten und schon... Also die Autonomen Vermeidenden sind ja die klassischen Bindungsängstler. Ja. Und ich sage immer, Bindungsängstliche geizen nicht mit Warnungen. Also die sagen schon sehr früh, zum Beispiel ich suche keine feste Beziehung oder wie gesagt, die Freiheit ist mir sehr wichtig oder ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendwann zusammenlebt. Ich stelle mir immer eine tolle Beziehung vor, wo man immer getrennt lebt. Also die streuen die Sachen schon rein oder sie sagen direkt, ich bin bildungsängstlich. Das sagen sie zum Teil auch. Okay, ja. Und das sollte man ernst nehmen. Also man sollte einfach nicht den Fehler machen, bei mir wird alles anders. Bei manchen Menschen erzeugt das dann ja gerade so ein Ehrgeiz, so ein Jagdtrieb, so dichtkriegig. Die finden das dann besonders irgendwie attraktiv, aber normalerweise fliegt man mit denen auf die Fresse. Kann man denn sagen, wen das insbesondere oder wer das insbesondere attraktiv findet? Ja, das finden manchmal auch besonders die attraktiv, die selber ein Thema damit am Laufen haben, die selber ein bisschen bindungsängstlich sind. Und was man bei Bindungsängstern wissen muss und deswegen fällt es deswegen auch nicht wenigen schwer, sich selbst zu diagnostizieren und zu sagen, ja, ich habe Bindungsangst, weil die meisten haben so das Gefühl, ich habe nur noch nicht den oder die Richtige gefunden. Aber sie haben eben auch eine Sehnsucht nach Beziehung. Also Menschen, die unter Bindungsangst leiden, haben trotzdem in der Regel auch eine Beziehungssehnsucht. Sogar eine sehr schmerzliche Beziehungssehnsucht, solange sie keinen festen Partner sicher an ihrer Seite haben. Also solange immer noch Raum für diese Sehnsucht ist. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, sind auch die oft besonders attraktiv oder für die besonders attraktiv, die selber ein Thema mit Bindungsangst haben. Also der andere ist nicht richtig available, der strahlt eine Autonomie aus, der ist mal da, mal nicht da. Jetzt kann der andere Bindungsängst dann natürlich seinem ganzen Bindungswunsch und seiner Bindungssehnsucht Raum geben, weil der hier, der sowieso immer auf der Flucht ist, der engt sie ja nicht ein. Weil dieses ganze Bindungsangstprogramm startet in der Regel erst, wenn die Beziehung verbindlicher wird. Dann erst startet das. Solange du also noch auf der Jagd bist und dein Zielobjekt noch gar nicht sicher an der Angel hast, solange fühlst du dich ja auch nicht von Erwartungen umzingelt. Solange hast du ja nicht das Gefühl, der erwartet was von dir. Ja, ich finde das interessant, weil ich hatte jetzt so ein bisschen darüber auch gelesen und ich dachte, ein Vermeidender, also Gleichbindungsängstler und ein weiterer Vermeidender würden sich gar nicht erst aufrichtig anziehen, sondern eher die Unsicheren würden immer in die Falle des Vermeiders tappen. Ja, nein, das ist nicht zwangsläufig so. Stell dir vor, es sind zwei eigentliche Vermeider und die treffen jetzt irgendwie so aufeinander und finden sich vielleicht erst mal gegenseitig attraktiv, weil sie beide so ein bisschen autonom sind und, 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 und. Und oft kommt dann ja irgendwann immer so der Zeitpunkt, wo einer sich so ein bisschen mehr einlässt auf die Beziehung. Ich sage immer, wer sich zuerst einlässt, hat verloren in diesen Konstellationen. So, und in dem Moment startet ja bei dem anderen Vermeider, ich nenne ihn jetzt mal Person A, so ein bisschen sein Bildungsangstprogramm. Das hat ja als tiefere Ursache eigentlich eine ähnliche Ursache wie bei dem anklemmernden Typ. Also die Ursachen sind ähnlich. Auch der Vermeider hat im Grunde genommen das Gefühl, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Aber er macht das nicht fleißig, wie der Anklammernde, sondern bei ihm kommt sofort so ein Trotz auf, ein Scheiß muss ich. Okay, sehr klar, aber Distanzierung. Also, ne, du klaust mir jetzt nicht meine Freiheit, du manipulierst mich jetzt nicht. Aber dieses ganze Programm schläft ja, solange er sich nicht so sehr in der Enge fühlt. Also solange er noch auf der Jagd ist, kann er leidenschaftlich verliebt sein. Das ist ja das Heimtückische, weißt du. Diese Beziehungen starten oft mit einer großen Leidenschaft, mit großem Feuerwerk. Und kaum dann, wenn es wirklich mal schön werden könnte, verbindlich, wenn es vielleicht auch um die Frage geht, so haben wir jetzt eine feste Beziehung oder ziehen wir mal zusammen ein, dann kommt diese Distanzierung. Und das ist natürlich immer hart fürs Gegenüber. Aber wie gesagt, das Gegenüber kann durchaus auch unter Bindungsangst leiden. Aber weil der andere ihn schon überholt hat unter Bindungsangst, bleibt Person B in der Sehnsucht drin. Und die wird ja noch umso mehr verstärkt, das ist ja auch so heimtückisch. Die Sehnsucht wird ja umso größer, desto unsicher der andere ist. Wie entsteht der eine Typ und wie der andere? Haben die eventuell auch beide das Gleiche in der Kindheit oder in der ersten Liebschaft erlebt? Oder entsteht ein Vermeider auf eine andere Art und Weise als ein Unsicherer? Ja, also man muss erst mal dazu sagen, es sind etwas grobere Festlegungen jetzt von verschiedenen Bindungsstilen. Es gibt auch noch so kleine Ausdifferenzierungen, aber auch die erfassen nicht wirklich alles. Also es ist jetzt mal so eine grobe Richtung. Also bei den Unsicher-Anklammernden, da ist es oft der Fall, dass die aus einer Kindheit kommen, wo die Mama mal da war und dann wieder nicht. Also die Mama war launisch. Wenn sie einen guten Tag hatte, war sie eine ganz liebe Mama. Und wenn sie einen schlechten Tag hatte, also dann eben nicht. Also wo die Mutter eigentlich die Beziehung zum Kind eher nach ihren eigenen Bedürfnissen gestaltet hat. Das heißt, das Kind wusste nie, welche Mama habe ich heute? Habe ich die Liebe oder welche habe ich in der nächsten Stunde? Das kann ja auch innerhalb eines Tages wechseln. Deswegen sind wir auch so empathisch auf die Gefühlslage des Gegenübers. Wie ist Mama heute gelaufen? Wie geht Steffi heute? Wie ist es Mama heute? Und entsprechend stellt sich das Kind drauf ein und tut ganz viel dafür, dass Mama lieb ist. Und die unsicheren Vermeider, deren Mütter waren eher zuverlässig, unzuverlässig. Also die waren eigentlich immer so. Verstehe. Und die sagen sich dann auch immer, ich möchte von niemandem abhängig sein. Am besten ich regle alles alleine. Ich verstehe. Genau, genau. Okay, okay. Und dann gibt es eben auch noch diese sogenannten gleichgültigen Vermeider. Und das geht jetzt wirklich tiefer. Bei denen ist oft eine Schädigung in den ersten zwei Lebensjahren. Das heißt, sie wurden in den ersten zwei Lebensjahren zu stark vernachlässigt. Beziehungsweise vielleicht haben die Mütter die auch nach einem ganz, ganz rigiden Programm, nach ganz rigiden Regeln. Ich rede jetzt wirklich immer von der Mutter und das soll jetzt nicht unemanzipiert sein. Aber rein von der Bindungsbiologie ist die Mutter vor allen Dingen im ersten Lebensjahr und im zweiten schon eine ganz, ganz wichtige Bezugsperson. Es ist jetzt nicht, um die Väter unwichtig zu machen. Die haben auch ganz, ganz wichtige Funktionen, ganz wichtige Rollen. Aber wenn wir jetzt von Bindung reden, möchte ich mich jetzt einfach mal auf die Mama beziehen. Der Papa spielt natürlich auch eine Rolle, aber sonst wird mir das auch alles sprachlich jetzt so umständlich. Die hatten eine Mutter, die sie zu wenig beachtet, zu wenig, also zu viel vernachlässigt hat, schon in den ersten zwei Jahren. Und jetzt passiert Folgendes in den Gehirn vom Säugling oder später vom Baby. Wenn das Schreien immer wieder unbeantwortet bleibt, kriegt das Baby ja immer wieder einen Frust. Das heißt, sein Nähewunsch wird permanent frustriert. Jetzt lernen diese Kinder ganz früh, diesen Nähewunsch zu unterdrücken, weil es bringt ja eh nichts, kommt ja keiner, um sich auch die Frustration zu ersparen. Und durch diese frühe Unterdrückung spurt sich im Gehirn gar nicht so ein Kreislauf ein von Nähewünschen, von Oxytocin. Also gewisse hormonelle Kreisläufe, die ja alle noch verschaltet werden in den ersten Lebensjahren, werden gar nicht so richtig eingespurt. Hier haben wir also auch tatsächlich einen kleinen Hardware-Schaden, weil diese Hormonenachsen dann gar nicht so eingespurt werden. Und die haben dann auch als Erwachsene gar nicht so ein großes Nähebedürfnis. Verstehe ich. Das heißt nicht, dass sie auch Beziehungen eingehen. Aber das sind die zum Beispiel, wenn die zur Haustür rausgehen, dann verlieren sie auch die innere Bindung. Und sie kennen es auch nicht, jemanden zu vermissen. Oh wow. Dieses Gefühl, jemanden zu vermissen. Genau. Das Gegenteil von dir. Gegenteil. Das bildet sich bei denen gar nicht so aus. Also wenn ich darf, kann ich noch was dazu sagen? Ja. Oder labere ich dann zu viel? Wenn wir dann verlängern. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen. Okay. Ja, aber Nih, sag mal. Nee, ich sage nur ein Wort. Also eine Sache, weil ich das sehr spannend finde. Kleine Kinder, also bis zum zweiten Lebensjahr, bis dahin muss das Programm sitzen, weil bis dahin bildet sich auch das Urvertrauen aus oder eben nicht. Die lernen in den ersten zwei Lebensjahren irgendwann, dass die Mama da ist, auch wenn sie nicht im selben Raum ist. Das nennt man Objektkonstanz. Das heißt, die haben ihre Mutter verinnerlicht. Die haben diese, das ist im Grunde dieses Bindungsgefühl. Bindungsgefühl heißt, ich spüre eine Bindung, auch wenn du nicht da bist. Ja, weil ich das innerlich abgebildet habe. Und diese Typen, von denen ich eben geredet habe, die haben keine Objektkonstanz. Das heißt, die innere Bindung bricht auch ab und ist auch schon sehr brüchig. Wenn der andere da ist oder wenn der andere nicht da ist, dann ist das auch oft weg. Das kann passieren. Du bist so mit einem Typen zusammen und der ist jetzt mal eine Woche woanders, ich sage mal, was weiß ich, geschäftlich oder warum auch immer. Dann kann es sein, dass du vergisst, eine Woche lang an dich zu denken. Das ist, ja, tatsächlich. Also der wäre für dich das Ultra-Gift. Ja, genau. So was, ja nicht ganz so, aber so eine Art hatte ich es tatsächlich. Und dann, ja, ist das für den Unsicheren einfach ein gefühltes Todesurteil. Weil da fühlst du dich ja auch total falsch und denkst so, hä, aber der liebt mich nicht so, wie ich den liebe. Nee, der ist gar nicht so liebesfähig. Der ist eigentlich nicht liebesfähig. Also nein, eigentlich nicht wirklich. Jetzt ist die Frage, die ich auch meinen Zuschauern, ich habe meinen Zuschauern die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen und die, die am häufigsten kamen und auch so in den privaten Gesprächen mit meinen Freunden, als ich diese revolutionäre Info über mein Liebesleben und mein Leben dann bekommen habe vor ein paar Monaten, kann ich als Unsicherer oder als Vermeidender denn sicher werden? Kann ich das so wechseln? Ja, also, ich hole jetzt mal die, von denen ich eben gesprochen habe, die nehme ich mal außen vor. Die letzten, ne? Ja, das ist eine sehr frühe Schädigung und man sagt, was in den ersten zwei Lebensjahren passiert, ist irreversibel. Ach, und ganz kurz, Kinder nicht schreien lassen in den ersten zwei Jahren, höre ich da auch raus, ne? Aus der Geschichte von gerade? Nee, auf gar keinen Fall. Und wenn es geht, auch nicht so früh in die Kita. Also, wenn es irgendwie vermeiden lässt, die ersten zwei Jahre lieber nicht in die Kita, als wenn es irgendwie geht. Die anderen können natürlich eine Bindungssicherheit bekommen. Bindungsstile können sich auch verändern. Können sie? Ja, also man kann, die eine Möglichkeit ist, du machst sehr positive Erfahrungen. Müssten das dann die ersten Erfahrungen sein? Du gehst, ne, du kommst einfach mal irgendwann an jemanden und entscheidest dich auch für jemanden, der sehr bindungssicher ist. Und lernst da zu vertrauen und dass es sowas wie Sicherheit gibt. Also, dass du einfach in der Liebe wächst und gedeihst. Und die andere natürlich schnellere Möglichkeit ist, vor allen Dingen die Möglichkeit, die vielmehr in deiner eigenen Kontrolle liegt, ist, dass du dich wirklich reflektierst und sagst, woher kommt das denn? Ja, ja, stimmt, ich habe da so eine Prägung von Mama und Papa. Und ja, und ich habe eigentlich so früh gelernt, die Welt da draußen ist nicht vertrauenswürdig. Und der einzige Mensch, auf den ich verlassen kann, bin ich selber. Und deswegen bleibe ich lieber so bei mir. Und das kannst du natürlich mit der guten alten Reflexionsarbeit und was ich auch alles so in meinen Büchern schreibe und mit dem inneren Kind und mit dem inneren Schattenkind, kannst du das natürlich bearbeiten. Arbeiten, entweder mit Hilfe guter Art Geberliteratur oder indem du in eine Psychotherapie gehst oder was auch immer. Das finde ich schwierig. Also eineinhalb Jahre habe ich es jetzt probiert. Ja, ich hatte zum Beispiel folgendes Szenario auch immer. Ich gehe auf den Geburtstag mit meinem Partner. Wir sind in einer Gruppe von 30 unbekannten Menschen und ich habe total Muffensausen und bin total überfordert mit der Situation. Und was ich bräuchte, ist ein Partner, der in dem Moment da ist, der mir auch irgendwie eine Sicherheit gibt. Und ich habe auch gelesen, dass das das ist, was dann auch Kinder brauchen von ihren Eltern, dass die einfach denen das Gefühl geben, dass die da sind. Und dass das gar nicht so irre ist, wenn man das als erwachsener, unsicherer Bindungstyp auch braucht. Das, meinst du, könnte ich wegtrainieren? Ja. Echt? Ja, weil hinter dieser Unsicherheit stecken ja tiefe Glaubenssätze. Dahinter steckt ja ein Programm, was irgendwie in die Richtung geht. Ich genüge nicht. Ja. Ich kann nicht auf eigenen Füßen stehen. Ich brauche irgendwie die sichere Hand, die mich durchs Leben führt. Ja, genau. Und diese Glaubenssätze kannst du natürlich bearbeiten. Du kannst an diesem Programm arbeiten. Du kannst auch anstatt eines Partners dir imaginierte Personen zur Hilfe nehmen. Also irgendjemand, wo du immer imaginierst, der oder die steht jetzt an meiner Seite. Also jetzt mal so geredet. Du kannst auf eine Party gehen, stellst dir vor, Steffi, also ich wäre jetzt hinter dir. Und leg dir immer so die Hand auf die Schulter. Und ich kuschel so mit dir. Genau. Und sagst, Sammy, komm, das schaffen wir. Und die Leute mögen dich. Ja. Und du hast so eine nette Art. Ja. Und auch andere Menschen da draußen sind unsicher. Ja. Also du kannst dir Sachen einfach auch vorstellen und imaginieren. Das müssen ja auch nicht immer reale Personen sein. Aber natürlich ist es toll, dann auch so jemanden an seiner Seite zu haben. Nur läufst du natürlich Gefahr, dass du die Partner damit auch ein bisschen überforderst. Weil die sind dann ja immer so ein bisschen gefragt, dich immer zu stützen und hier und da zu sein. Und das ist natürlich für den Partner auch anstrengend. Ich dachte jetzt aber, dass ein sicherer Beziehungstyp das gut ausbalancieren kann. Bei dem hast du natürlich die besten Chancen. Bei dem hast du natürlich die besten Chancen. Aber auch der könnte irgendwann mal sagen, Mensch, das haben wir doch jetzt so oft. Und da sind so viele Leute auf der Party, mit denen ich jetzt auch noch mal quatschen will. Darf ich fragen, was du für ein Beziehungstyp bist? Ich bin sicher gebunden. Sicher gebunden, ne? Und du hattest da keine Lust drauf, ne? Nicht immer. Und darf ich auch fragen, dein Partner ist ja auch sicher gebunden. Ja gut, dann habt ihr ein leichtes Spiel, ne? Wir haben ein ziemlich leichtes Spiel, zumal wir auch noch... Also erstmal, das ist eine super Grundlage, weil wir uns auch wirklich vertrauen. Und weil wir füreinander da sind. Und ganz wichtig, weil wir beide auch nicht so Projektionen haben auf den anderen. Also wenn du jetzt unsicherer Bindungstyp bist und hast zum Beispiel ein schlechtes Selbstwertgefühl, das geht ja damit immer einher, dann passiert es eben leicht, dass du in den anderen was projizierst, was gar nicht zu dem gehört. Und dann kommen so sinnlose Diskussionen, wo man irgendwie keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt, weil immer nur die eine Projektion zu der anderen Projektion redet. Oder in meinem Wording gesprochen nur noch sich die Schattenkinder eigentlich miteinander unterhalten und die Erwachsenen längst draußen sind aus dem Rennen, ja? Das heißt, inwieweit würdest du die Aussage unterschreiben, dass mein Gegenüber bzw. mein Partner mitverantwortlich ist für meine Gefühle? Fifty-fifty. Ist so? Ja, ich würde sagen, in einer gesunden Partnerschaft hat jeder 50 Prozent Verantwortung. Kompromissbereitschaft ist aber schon auch wichtig, oder? Kompromissbereitschaft ist wichtig, aber das ist nicht alleine, es geht immer um beides. Also, wenn man gut in einer Partnerschaft sein will, muss man in der Lage sein, Kompromisse zu schließen, für den anderen da zu sein, aber auch für sich zu sorgen und zu sagen, hier ist alles auch mal eine Grenze. Und bis hierhin gehe ich nicht mehr weiter, das ist jetzt wirklich auch mal deine Verantwortung. Ich kann dir nicht ständig die Sonne vom Himmel holen. Also, ich muss sagen, ich bin gerade so, ich kriege jetzt wieder einen neuen Input, weil ich jetzt eigentlich in den Gesprächen auch mit meiner Therapeutin eher so rausgenommen habe, dass wir den Beziehungstypen nicht ändern können und dass einfach der Partner mit seinen Bindungszielen nicht passt. Meinst du, ein Vermeidender und ein Unsicherer können eine gesunde und glückliche Beziehung führen? Nein, halte ich für äußerlich schwierig. Warum? Wenn doch jeder dann an seinen Schattenkindern und... Dann ja. Ach so. Das ist eine andere Voraussetzung. Okay, schwierig. Wenn beide sagen, pass mal auf, wenn du sagst, pass mal auf, ich habe da ein Thema mit Klammern, ich arbeite daran, ich muss mich da und will mich da rausentwickeln und weiterentwickeln und der andere sagt, und ich habe ein Thema mit Vermeidung und ich will und muss mich da rausentwickeln und beide arbeiten dran, dann kann das natürlich gelingen. Nur haben wir ja oft die Dynamik, dass ja gerade der vermeidende Typ umso mehr vermeidet und die Gefühle dann ja auch absterben, je mehr der andere klammert. Das darf man ja gar nicht unterschätzen bei bindungsängstlichen Menschen, dass die Gefühle auch weggehen. Weißt du, manche Partner geben sich der Illusion hin, ja, aber im tiefen Herzen liebt er mich, er kann es nur nicht zeigen, er leidet unter Bindungsangst, aber im Grunde liebt er mich. Nein, die Liebe geht dann auch wirklich weg. Dann kommt nämlich der Schwächensum bei Aktivbindungsängstlichen, also bei den Vermeidenden, Schwächensum und dann sehen die nur noch deine Schwächen und dann sind die aber sowas von abgeturnt und dann geht die Liebe auch weg. Und die einzige Chance, dieses Gefühl bei den Vermeidenden nochmal zu reaktivieren, wenn es überhaupt möglich ist, ist, indem man selber sich zurückzieht und sie in die Situation bringt, dass sie mal Verlustangst kriegen. Oh wow, ich dachte, das sollte man nicht tun, dass man sie quasi mit ihren eigenen Waffen schlägt, obwohl das dem eigenen naturell nicht gleicht. Also, ich würde um vermeidende Bindungstypen einen Bogen machen. Allgemein? Ich sei denn, also wenn ich eine feste Beziehung will, ja, es sei denn, ich bin selber ein vermeidender Typ und finde Vermeider auf Augenhöhe, das gibt es auch manchmal. Es gibt manchmal so Vermeider, die sind relativ auf Augenhöhe, sind beide so vermeidend, die haben eine Beziehung, leben zum Beispiel in getrennten Wohnungen, sehen sich vielleicht ein, zwei Mal die Woche, fahren vielleicht auch manchmal im Urlaub, aber insgesamt haben die sich so eingeschwungen in ihrem vermeidenden Bindungsstil. Also, die brauchen nicht so viel Nähe und kommen beide ganz gut damit klar. Okay, verstehe. Aber wenn du jetzt als Anklammernder, ein Vermeider oder auch nur als sicherer Bindungstyp, gehen die Vermeider dir auch total auf die Nerven. Ist so, ja, okay, danke. Eine letzte Frage. Wenn sich beispielsweise, egal jetzt wer, du entscheidest dich, dich zu trennen von deinem Partner, beispielsweise der Unsichere merkt, dass er mit dem Vermeider nicht weiter glücklich ist und eine Trennung wird eingeleitet. Was sind so deine goldenen Regeln für einen Trennungsprozess? Was ist wichtig, um da auch wirklich rauszukommen? Also als erstes musst du die Hoffnung begraben. Die Hoffnung kippt wie Kitt. Also immer diese Hoffnung, könnte ja noch was werden, könnte ja noch was werden. Vielleicht geht er ja doch noch in Therapie oder es geschieht sonst was für ein Wunder. Die Hoffnung ist ja im Grunde genommen der Bogen um die Verlustangst. Also am Ende des Tages wollen wir ja alle nur ganz schlechte Gefühle vermeiden. Und wenn du dich immer wieder der Hoffnung hingibst, dann tust du das, um diesen Schmerz nicht zu spüren, der eintreten würde, wenn du dir Hoffnung aufgibst. Aber dieser Schmerz geht ja auch irgendwann vorüber. Und wenn du den annimmst und sagst, okay, ich nehme diesen Schmerz jetzt an, dann gibt dir auch irgendwann, entsteht ja wieder Raum für Neues. Jetzt ist natürlich die Frage, und es werden sich jetzt bestimmt ganz viele diese Frage stellen, ja, ab wann ist es denn Zeit, die Hoffnung aufzugeben? Ab wann kann ich denn wirklich die Hoffnung aufgeben? Und ich sage immer, das mache ich auch oft mit meinen Klienten, guck mal von deinem Verstand drauf. Mal rein vom Verstand, lass das Gefühl mal einen Moment beiseite. Guck dir das mal vom Verstand aus an. Was sagt dein Verstand? Wirst du mit diesem Typen irgendwann glücklich sein? Und der Verstand hat eigentlich immer die richtige Antwort. Das ist nur das Gefühl, was sich dagegen wehrt. Wir versuchen, den Verstand immer irgendwie zu unterdrücken. Nee, meistens vermischt sich ja immer ein Gefühl mit Verstand. Wir trennen das ja nicht so krass. Aber es ist oft sehr, sehr weiterführend, wenn man das mal ganz krass auseinanderhält und wirklich mal den Verstand befragt. Und der Verstand hat in den allermeisten Fällen auch die richtige Antwort. Findest du Blocken legitim? Eine Person blocken? Nummer löschen, alle Kanäle schließen? Also bei einer Trennung würde ich das empfehlen. Das ist genau wie auf Drogenentzug oder Nikotinentzug. Es macht doch keinen Sinn, noch eine Stange Zigaretten im Haus zu haben, wenn man gerade aufgehört hat zu rauchen, oder? Das ist richtig. Steffi, ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Hast du für die Schnuffelhasen? Und darunter sind ganz, ganz viele Steffi-Fans. Noch ein paar Abschlussworte. Irgendwas, was du denen mitgeben möchtest? Oh ja, was möchte ich euch mitgeben? Also ich glaube, viel habe ich schon in diesem Interview eben erzählt, dass man ganz, ganz viele Muster auflösen kann, indem man sich selber reflektiert und einfach bei sich anfängt, weil du bist der einzige Mensch, auf den du Kontrolle hast und sonst kein Mensch der Welt. Und mein Vater hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen? Wem soll das schlechte Leben nutzen? Also es ist auch wichtig, sich ein schönes Leben zu machen und das Leben einfach zu genießen, und zwar jeden Tag und auch die kleinen Momente. Geht so schnell vorbei. Dankeschön. Tschüss, ihr Lieben. Danke für eure Zeit. Tschüss.